Heute zeige ich euch, wie ihr ganz leicht shiny Riffx in Pokémon Kamezine und Pupu erhalten könnt. Dazu begeben wir uns zum Pokémon Center von Azarella City und von dort in die Grotte. Wir machen ein Sandwich, am besten macht ihr dieses Sandwich vor der Grotte, denn in der Grotte ist es leider sehr, sehr schlecht mit dem Licht, wenn ihr dort ein Sandwich macht, mit folgenden Zutaten. Eine Zwiebel, drei gelbe Paprika, eine grüne Paprika sowie einen rohen Schinken. Dazu braucht ihr wie immer zwei beliebige Geheimgewürze. So erhaltet ihr Schillerkraft und Begegnungskraft Niveau 3 Elektro. Wie ihr sehen könnt, spawnen hier nun ausschließlich Riffx. Für diejenigen, die das Ganze ohne Geheimgewürze handen wollen, mache ich folgendes Rezept noch eben hier rein. Für Begegnungskraft Niveau 2 Elektro braucht ihr ein Wasabi sowie sechsmal Nudeln. Ihr könnt jetzt hier ganz entspannt auf- und abwandern und schauen, ob ihr einem Shiny Riffx begegnet. Shiny Riffx ist etwas rötlicher als das normale. Dies gilt sowohl für die Hoch- als auch für die T-Form. By the way, falls euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Auf meinem Channel gibt es noch viele weitere Videos zum Thema Shiny Hunting. Wie beispielsweise dieses Video, in dem ihr einen Shiny Riolu fangen könnt. Oder dieses Video, in dem ihr einen Shiny Slimer fangen könnt.